Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update. Erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen. HelloFresh rechnet mit weniger Gewinn. Autodoc mit über eine Milliarde Euro Umsatz. Hitzewelle führt zu Serverausfällen. Künstliche Intelligenz beherrscht Minecraft. Und Google testet neue Datenbrille öffentlich in den USA. Tagesprogramm In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Wir sprechen über Setsi AI, das im Rahmen seiner Series B Finanzierungsrunde angeführt von Centana Growth Partners 33 Millionen Dollar erhalten hat. Außerdem über Zeroavia, das Wasserstoff-Luftfahrt-Unternehmen, erhielt eine 30 Millionen US-Dollar Finanzierung. Und dann sprechen wir noch über den Solardach-Hersteller Solarstone. Das estnische Start-up sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro. Das alles und mehr, also um 10 Uhr bei uns. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal David Löwe, Co-Founder von Everdrop. Das Unternehmen für innovative und stylische Haushaltsprodukte und Naturkosmetik erhielt in einer Series B Finanzierungsrunde 80 Millionen Euro. Das gibt es dann um 13 Uhr bei uns. Und dann kommen wir heute Nachmittag zurück mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Dort lädt meine Kollegin Viktoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Start-up-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Start-ups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Maximilian Eckel, Managing Director des WHO Entrepreneurship Centers, ist da bei uns heute zu Gast. Das WHO Entrepreneurship Center hat die Mission, die WHO Community bei der Förderung von engagiertem, zielgerichtetem, ethischem und nachhaltigem Unternehmertum auszubilden, zu inspirieren und zu unterstützen, um eine lebendige unternehmerische Zukunft für Studierende, Alumni und andere Ökosystempartner aufzubauen. Schaltet da gerne ein, heute Nachmittag um 16 Uhr. Soviel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp. Bis später. Werbung Ihr seid Female Entrepreneurs im Tech-Bereich und habt eine innovative Business-Idee? Dann aufgepasst! Xathon, der Business-Hackathon von Henkel DX Ventures, bietet euch die Plattform, um eure Early-Stage-Ideen zu verwirklichen. Erweitere dein professionelles Netzwerk, arbeite mit MentorInnen und anderen erfolgreichen GründerInnen an deinem Geschäftsmodell. Pitche vor Investoren und nutze die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bewerbt euch noch bis zum 31. Juli unter henkel.com slash xathon und seid vom 1. bis zum 3. September in Berlin dabei. Xathon schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten HelloFresh rechnet mit weniger Gewinn. Der Kochboxen-Versender HelloFresh hat seine Prognose für 2022 kassiert und geht von einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns auf etwa 140 bis 150 Millionen Euro aus. Als Gründe führt HelloFresh die makroökonomische Lage an und verweist auf eine eingetrübte Verbraucherstimmung infolge von Inflation und Krieg in der Ukraine. Mit seinen Zahlen übertrifft das Unternehmen aber weiterhin die Schätzungen der Analysten, die im Schnitt nur 133 Millionen Euro erwartet hatten. Auch der Umsatz könnte mit rund 1,96 Milliarden Euro die Analystenschätzung übertreffen. Autodoc mit über einer Milliarde Euro Umsatz Das Berliner Autoteileunternehmen Autodoc hat im Geschäftsjahr 2021 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro geknackt. Im Jahr 2020 lag der Umsatz noch bei rund 842,1 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag im gleichen Zeitraum bei 123,9 Millionen Euro. Nach 93,5 Millionen Euro im Jahr 2020. Dazu Autodoc, CFO Bert Althaus. Unser anhaltendes Wachstum ist eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit und zugleich Ansporn, noch besser und kundenfreundlicher zu werden. Wir arbeiten stetig daran, die Suche nach Artikeln und das Einkaufserlebnis auf unseren Websites und APPs zu verbessern, unser Produktsortiment zu optimieren, attraktive Preise zu garantieren, sowie unsere Logistik und den Kundenservice weiter zu optimieren. Hitzewelle führt zu Serverausfällen Am Dienstag wurde in Großbritannien erstmals ein Hitzerekord von mehr als 40 Grad Celsius gemessen und machte nicht nur den Bewohnern des Landes, sondern auch den Servern in den Rechenzentren von Google und Oracle zu schaffen. Auf der Cloud-Status-Page von Google wurde ein kühlungsbedingter Fehler vermeldet, der einen teilweise Kapazitätsausfall zur Folge hatte. Britische Kunden mussten daher teilweise Einschränkungen der Dienste hinnehmen. Das Kühlungssystem in einem Rechenzentrum von Oracle im Süden Londons gab wegen der, wie es hieß, ungewöhnlichen Temperaturen seinen Geist auf. Die Server mussten heruntergefahren werden. Künstliche Intelligenz beherrscht Minecraft Eine künstliche Intelligenz des US-Unternehmens OpenAI hat gelernt, Minecraft zu spielen. Damit ist dem neuronalen Netz gelungen, was keiner anderen KI zuvor gelungen ist, nämlich eine offene Spielwelt und die notwendige Kreativität zu erlernen. Zuvor wurde die KI mithilfe von 4.500 Stunden an Videomaterial trainiert. Jetzt navigiert sie eigenständig durch die Welt von Minecraft, schwimmt, jagt und kocht das gewonnene Fleisch. Netflix mit gemischten Geschäftszahlen Bereits in der Nacht zum Mittwoch hat der Streaming-Anbieter Netflix seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Der Unternehmensumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,6% auf 7,97 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit hat sich das Unternehmenswachstum weiter verlangsamt. Im Vorquartal lag dieses noch bei 9,8%. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem die Aufwertung des US-Dollars, da fast 60% der Einnahmen aus Ländern außerhalb der USA stammten. Zeitgleich sind aber auch die neu zahlenden Abonnenten zurückgegangen. Hier verzeichnet der Anbieter insgesamt 970.000 weniger Kunden als im Vorquartal. Die Börse hat die Zahlen dennoch wohlwollend aufgenommen. Die Aktie konnte nachbörslich deutlich zulegen. Google testet neue Datenbrille öffentlich in den USA. Der Tech-Konzern ist mit der Entwicklung seiner neuen Augmented-Reality-Brille weit genug vorangekommen, um deren Prototypen öffentlich zu testen. Einige Dutzend Mitarbeiter sowie ausgewählte Tester sollen die Brillen ab August in den USA tragen, wie Google am Dienstag ankündigte. Die neuen Modelle sollen unter anderem Routenanweisungen oder Übersetzungen in die reale Umgebung einblenden. Die Brillen verfügen zwar über Kameras und Mikrofone, mit denen sie ihre Umgebung erfassen, sie können allerdings keine Fotos oder Videos aufnehmen. Sie seien vielmehr dafür gedacht, Informationen zur Umgebung zu erfassen und diese entsprechend anzuzeigen. Dubai will in fünf Jahren 40.000 Metaverse-Jobs schaffen Via Twitter hat Kronprinz Scheich Hamdan bin Mohammed die Metaverse-Strategie für Dubai vorgestellt. Insbesondere stechen dabei die angekündigten 40.000 Jobs hervor, die Dubai im Metaverse plant. Diese sollen innerhalb von fünf Jahren jährlich rund um 4 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate beitragen. Laut bin Mohammed soll Dubai regional die Metaverse-Hauptstadt werden. Weltweit soll es mindestens zu den Top-10-Städten der Metaverse-Ökonomie gehören. Zusätzlich sollen Talente ausgebildet und gefördert werden, die das Metaverse aufbauen und mit Inhalten füllen. Ethereum kündigt baldiges Ende des Minings an. Das Krypto-Mining wird im September beendet. Das bedeutet, dass neues Ethereum in einem Prozess namens Proof-of-Stake erzeugt wird, anstatt Massen von Energie zu verbrauchen, wie es derzeit der Fall ist. Entwickler Tim Beiko machte eine entsprechende Ankündigung auf Twitter. Der Kurs von Ethereum ist in den vergangenen Tagen um fast 50% gestiegen. Ethereum Classic, eine Abspaltung von Ethereum, sogar um mehr als 80%. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Mark Zuckerberg bläst zum Angriff auf Google Maps und hat gestern ein neues Kartenfeature für Instagram vorgestellt. Über die Suchfunktionen können nun Locations wie Restaurants und Sehenswürdigkeiten auf einer Karte gefunden werden. Filter helfen dabei, die Suchfunktion zu verfeinern. Die Modehändler About You, Zalando und Jukes Netoporter haben sich im Kampf gegen die Klimakrise zusammengeschlossen und bieten Partnerunternehmen eine kostenlose Online-Plattform an, in welcher sie über sinnvolle Ziele zur Emissionssenkung aufklären. Der Berliner Full-Service-Mobility-Anbieter für Lieferunternehmen GetHenry hat sich umbenannt und heißt ab sofort Cycle. Es ist an der Zeit gewesen, dass die Marke die Werte des Unternehmens besser zum Ausdruck bringt. Cycle steht nicht nur für unsere Fahrzeuge, sondern auch für unsere Mission, eine effiziente und umweltfreundliche Zustellung auf der letzten Meile zu ermöglichen, so das Unternehmen. Google hat bekannt gegeben, seinen Google-Store für Fotodrucke künftig in 28 europäischen Ländern anzubieten. Darunter fallen auch Deutschland und Österreich. Dadurch können ab sofort Fotoabzüge in verschiedenen Größen, in Form von Leinwänden sowie als Fotobücher via Google bestellt werden. Der indische Elektroflugzeughersteller The E-Plane Company startet bald die ersten Flugversuche mit einem eigenen Lufttaxi. Geplant sei es, das Flugtaxi bereits Ende 2023 kommerziell zu zertifizieren. Mit der Personenbeförderung wolle man ab dem Jahr 2024 starten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 21. Juli 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da für euch mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Wir sprechen über Setsi AI, das im Rahmen seiner Series B Finanzierungsrunde angeführt von Santana Growth Partners 33 Millionen Dollar erhalten hat. Außerdem über Zeroavia, das Wasserstoff-Luftfahrtunternehmen, erhielt eine 30 Millionen US-Dollar Finanzierung, welches es für den Aufbau von Infrastrukturen an Flughäfen verwenden will. Und dann noch über den Solardachhersteller Solarstone. Das estnische Startup sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de